Willkommen... Willkommen bei der ersten Folge von Nextplay, was jetzt schon mein vierter Versuch ist. So groß wie das. Also, natürlich müssten wir jetzt zum vierten Mal die neue Welt abstellen. Die letzte Aufnahme, die dritte, dachte ich, die wäre perfekt, aber der Torhüter verhauen. Ist nämlich getrun, nochmal extra mit, aber das sieht hier aus. So, Weltname, natürlich Nextplay. Frame-Button, natürlich für Weibel. Feet, hm. Feet, mach ich einfach mal Rangeln, dann werde ich hier mal F3-Grücke schon sehen. So. Okay, die Welt... eigentlich schön. ...dreffen-Sumpfbio, und hier sind wir... ...dreffen-Sumpfbio, und hier sind wir... ...kann ich weiß, wie können auch Welt-Emerleicht sein. ...zu... ...vererst ist mal nicht abholzen. ... ...oh... ... auch nochmal Jahre. ...das Texte-Beck war sich auch noch zu welchen... ...die Beschreibung stecken. Ich werde jetzt etwa 15 Minuten aufnehmen, da wo ich noch keine Aufnahme festen... ...ja, 15 Minuten, das ist etwa elfgelang Nachgang. Wir starten morgens und elfgelang Nachgang. ...so, ich ging auf mit der Aufnahme. Ich hab mal ruhig 16 Häuspern mit nur ein Stück bekommen. Oh, in Augerfiki sehe ich gerade... ...oh, ich kann in Augerfiki sehen, wie lange ich jetzt mal aufnehme. So, cool. Bin ich schon bei zwei Minuten, etwa. So. Aber ich hab die Augerfiki-Aufnahme früher gestartet, als... ...die Aufmerksamkeit noch nicht gleichzeitig geht. Ich werde das dann wieder richtig schneiden. ...dass du tun so viel wie möglich wird. So. Nach elfgelang, so zue ich mir erst mal eine Stelle in der Nähe vom Sporn, wo ich gut bauen kann. Was bekomme ich mich... ...den tiefen... ...werk reingraben. Gut hier gehen. Es muss sein, dass ich auch mal das Text-Effect wechsle. Okay. Und den werde ich auch immer gegen den Kreis stellen. Es muss sein, dass ich mit Michael Knapp spiele. Kann sein, dass ich mit Miva spiele. Mit Michael Knapp, was ich auch gerade drin hab. Äh, nicht drin hab, sondern... ...hier... ...meinen Text-Effect drin hab. Und das Mal Knapp. ...dass ich mal ein bisschen... ...was damit wir uns reingraben können. So. Ich mal ins Berg, weil ich bei der letzten... ...aufnahme auch gerne mal angerissen wurde. Auf meinem Wald auf. Ja, dann soll ich mal... ...abst. Ganz wichtig... ...Kick-Egg und... ...ne Farbe. So. Hören wir mal an. Ich hier hochgraben, wo die Kohle ist, weil... ...naja. Ist ja eigentlich klar. So. So. Kann man auch nachher gleich wieder fackeln. ... ...doppus. Dann. ... Puffus. 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 Teppu. Ja. Wie kommt dann wieder. Und dann werde ich ab da hoch bauen. Und zwar machen wir mal vor 3 groß. Also 3 hoch. Ich fange jetzt schon die Aufnahme langsam. Oh, da ist ja die Wirkbanks. Die hol ich ja erstmal weg. Bei der Pressenträte, Wirkbanks, kann man ja alles nehmen. Schonmal duft gefackeln. Wenn ich schonmal hier aufhängen werde. Und dann werde ich nochmal ein bisschen Erde. Ich fange einfach mal hier. Und dann bin ich bei etwa 5 Minuten. Und dann bin ich bei etwa 5 Minuten. Ich guck jetzt mal da. Ach, kein Viechland zeige ich euch jetzt. Okay, ich hab wirklich FPS. Gute Sache. Oder mehr als mein... Ich hab mal Partner. Der ist Marshall Game. Ich will die auch abonnieren. Und dann lenken wir jetzt die Logo von ihm ein. So. Vielleicht war ich jetzt zu schnell. Vielleicht für euch. Dann fahr ich jetzt mal weiter. Ja, das wollte ich eigentlich nur um hier noch keinen Weg zu bauen. So. Und dass er so schnörkelt, dass er absicht. Ich mag das irgendwie so. Wie ich brauche mich zu einer Linkshow-Welt. So. 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 Geht schonmal. Okay. Okay. Wie ich sie hin auf. Möglich schlecht. Muss bei der Geklernbewegung. Ohrmichkel? Geil. Wir würden nochmal... was essen. Kein Vergestung. Gut so. Gut so. Und so. Und so. Und so richtig. Und so richtig. Und so richtig. Wissen. Von daher habe ich mich voll da. Für irgendwelchen. Ich brauche ich erstmal mal auch. Den Fernmus, bevor ich nachfangen muss. Ich hab Angst. Das müssen. Guck ich mal nach Kieren. Ach wir haben ja noch Mitlachs. So. So. So, bis wir hoch. 5 Minuten hast du ja eigentlich? Ja 10 Minuten devrait mal die Sonne untergehen. Wieso war ich eigentlich die? Ist ein Duff? Thema geil. Oh. Duff ist gerade doof. Hier. Hier waren wir mal. Thanks. Bond oder so? Keine Ahnung. Ach, ich unterbreche jetzt mal kurz die Aufnahme. Ach, ich gucke jetzt einfach mal während der Aufnahme im Moment. So. Werde ich jetzt bestimmt nicht sehen. Ne, werde ich ihn nicht sehen. Wo ist Eddie? Hat ein Fehler. Gucke ich mal kurz. Ich glaube Eddie. Gut. So. Und ich glaube ich hab den Huberpump schon. Okay. Kann ich aufnehmen? So. Schon da war das. Ich mag ja den Flügel anlegen. So. Und. 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 Noch mal bisschen Holz. Dann kann ich gleich nochmal hier. Was in Bakun. In Bakun. In Bakun. In Bakun. Im Ofen. Im Ofen. B. Sechs davon. Läuft sich nicht da rein. Das noch zwei Türen. in Bakun. In Bakun. Das ist mehr Fisch. Aber geht noch. Dafür nur im Auge wegkloppen. Und jetzt freu ich mal die Hügelchen rein. Hier oben wäre auch eine Fackel gut. Und vielleicht hier ungleiche Fangenuntergang. Und ich bin bei 10 Minuten extra. Gut. Jetzt fang ich mal gleich mit einer Miene an. Da werde ich aber dem Steilzuhelf nehmen. Das dauert eh für lange. Ich haffe. Holz zu Holz. Und da ist mir schon die Hügelchen kaputt gegangen. Es ist angenehm, wenn sie immer einfach springt. Und. Schlumpig. Und. Oh, schon viel schneller. Viel schneller. Viel schneller. So. Ich baue ich etwa. Ja, hier. Ich gehe einfach so runter. Und jetzt wird's. Dunkel. Habe ich noch. Nein, habe ich nicht. Mal einnügendes, woran man muss. Das geht. Mal einnügend, woran man muss. Und ich hole den Schorco, nehme ich mal. Wir können mal Schorco, kann man immer wieder selbst machen. Erstmal wieder Wackeln. Habe ich meine Breite auch hoch? Ja. 監τern, kann ich meine Breite auch hoch? und ich bin ich bin und ich glaube, die sind auch nicht sehr weit unten. Aber geht uns Hühnchen. So. Mal da, hier geht's schon mal runter. Die Miene, die bald kommt. Hier baue ich den erstmal zur Seite weg. Aber schon mal ein bisschen Ärger. Mal die Stein. Die Rätschopf mehr benutzen. Ich glaube, ich muss die Aufnahme schon wieder aufhören. Ich bin schon wieder bei 30 Minuten. Also, hm. Ich kann ja noch keine über 5 Minuten hochladen, damit ich noch meine Handy-Nummer haben. Aber die gebe ich nicht. Das klingt mir wohl. Ach, ich höre jetzt einfach die Folge auf. Ich mache irgendwo ein Bild irgendwie. Nee, warte ich. Ich bin klingelig spreng. Anbauen wir mal so. Einfach mal so. Ich fahre einfach mal eine Weiterein. Einfach mal so. Aufnahme verpassen. Aufnahme von Effe. Erstens. Aufgebaut. Und Liene. Und Empfangen. Und denn Folge 001. Das war jetzt mit der Aufnahme. Und Schiff.